Moin moin meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem ersten Video in Call of Duty Warzone Ich musste unbedingt zuschlagen, weil es kostenlos war Ja, das Mainspiel kann ich mir nicht leisten So, ich habe mir zwei Opfer gesucht, die mich hier carryen dürfen Zum einen haben wir da Efka mit dabei, moin 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 Und unsere kleine Labertasche, ihr habt ihn schon zwischendurch gehört Denn lieber Aaron, versucht sich hier auch mal in einem Shooter Wird wahrscheinlich wieder letzter auf dem Scoreboard Moin 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 moin, aber da fühle ich mich im Wohrosten Aber wir haben auch direkt eine Lobby gefunden Sehr schön, dann gehen wir rein Also alles unter Platz 1 wird nicht akzeptiert, ne? Aber schwer mit der Aaron Wer muss schwer sein? Ey, wir schicken Aaron einfach vor, dann sehen wir die Gegner Und dann können wir die abschieben Ja, stimmt, Aaron ist Aufklärer Na gut, wir haben einen ganz tollen, ganz guten Punkt Äh, ich bin gerade angegriffen worden, nur nebenbei Oh Ich bin tot Ist er im Haus drin? Ja Äh, du musst jetzt einen 1 gegen 1 gewinnen Ja, die können, oh, die schießen Ach, geht's noch nicht? Ja, du hast noch Zeit, außer du bist halt direkt Bei mir auch schon Ja, ja, guck mich an, Goldi Das ist am Auto Ah, hinter dir kommt auch noch einer, Goldi Rechts, hinter dir Schön, hier, könntest du mich retten Das wird für mich kritisch Oh, Goldi ist ja richtig gut in der Regel Uh, was für Kacknoobs Ich werde halt direkt von hinten umgerannt so und Goldi Ja, mach das Was ist denn, muss immer noch nachhören Ähm, brauchst du, hast du leichtes SMG? Ich? Ja, nicht SG Hallo, nehm auf Also, äh, irgendeine NATO habe ich Falls der Munition braucht, sagt Bescheid, da habe ich noch müssen Doch, wir fahren wir Wollen wir die Lagerhalle da sichern? So, ich bin gut erklärt, jetzt Wir sind echt gut in der Zone drin Gegner Ich bin down Links drin, unter dem Fenster hier Er hat Lowell, sein Urgroßvater der Typ Also, einen habe ich down Ich konnte für die Pistole keinen Ich habe nur einen gesehen Ich habe keine Panzerplatten Er hat Panzerplatten, okay Ich bin nächstes eine Ich habe 30 Schuss Ja, warte, hier Mit F Sonst sind hier auch nochmal Waffen Oh, ja, der Der K Ja, die war es gut Die ist wirklich gut Da kommt ein Fahrzeug Ernährungsminen Wo, wo, wo Hier ist auch nochmal einer gestorben Ich habe nur einen gesehen, wie kann ich die Mine rausnehmen? Mine Ja, ich habe eine Mine aufgenommen Äh, X X X Da sind Hier liegen noch Panzerplatten, wenn jemand braucht Oh, ja, und ich habe voll Er hatte voll Ich habe auch voll Nice Gut, ich brauche keine mehr Ich bin übrigens Präzisionsluftschlag Der Karte Ja, ja Ah, scheiße Komm rein Ich habe dich Danke Ja, die wollen mich Die Leute Noch eine Minute Warum wollen die dich? Wie viele Abschüsse hast du? Ich bin gejagt Achso Gibt extra Geld dafür Für irgendwen Mich sollen In die Richtung Da oben Irgendwo Highground Ja, da auch Da Darunter war aber noch einer Der hat gerade mit dem Anders gefeiert Okay Ah, scheiße Mich hat er Ich retze ihn Ich habe Feuerschutz Ich versuche gerade hinten Stein zu fliegen Weiter auf mich Der hat nur mit dem Scharfschützengewehr aufpassen Keine Ahnung, ob ich ihn noch habe Muss in Deckung gehen Der ist immer noch hinterm Stein Ja, ja, ich will Er kommt links Er hat sich links Ist gut, ich bin weg Ist das dein Skoli? Das ist meins Hast du ihn bekommen? Ich glaube, ich habe irgendwas getroffen Aber Emil Er ist nach links weggelaufen Versuch mal ins Haus hier rein zu kommen Ich glaube, da irgendwo war aber noch einer Sei vorsichtig Ja, links hinter uns Ja, hier bei mir auch einer Na gut, das war es jetzt Ich werde da und gehen Da an der Ecke So, ich weiß nicht, ob ihr mich Ich habe mich so gut es geht versteckt Er kommt nach vorne Da war noch einer Ich muss das nur jetzt gewinnen Ich brauche erstmal einen Gegner Tötet mal Da ist so ein Gegner Ja, er hat mich direkt Gebt mir direkt Scheiße, ihr müsst mich freikaufen Hab ich Ich habe es euch markiert, ne? Ich kann dir aber nichts versprechen Nein Ich bin down, ich habe keine Chance Warte Nein, du wirst nicht an mich ankommen Ja, die haben nicht gefährdet Scheiße Die haben halt ein Rifle gehabt Ich nicht Aber die waren halt richtig schlecht Die haben mir ja lange gebraucht Ja Wenn du seine Cripp einsammelst Hast du Geld und dann versuch mich wieder zu beleben Goalie kann den Gulag schaffen Sonst kann es sich uns vom Geld her glaube ich auch beide wieder wegfallen Oh lol Was ist das denn für ein Noob? Ja, ich werde schon wieder beschossen Er stand einfach direkt vor mir Ja, ich bin dann bester immer noch Oh fuck Aber Goalie ist wieder da Ja, aber ich respawne hier Geben der Foto Ja, die waren im Haus drin, deswegen Ja, das waren die, die mich auch getötet haben Ich kann ja mal nochmal markieren Damit du weißt, wo es ist Aber du hast Ich glaube 2.100, das reicht nicht Ja, nicht genug Geld Ich weiß Am wenigsten Wache Das wichtigste ist, dass du jetzt mal reinkommst Ja, die ist dann gut Ja, Goalie Wird schwer für ihn da, uns wiederzulehnen Unten rechts ist einer vom Gebäude Einer links oben am Stein Und links am Gebäude War auch einer da Ja, gut War aber keine schlechte Runde Wie viel er halt trifft Ich hasse COD Das kann halt auch Aber ein Dingsspieler sein, ne? Einen Konsolenspieler Wir haben Auto-Aim Das ist so OP gegenüber uns eigentlich Auto-Aim? Natürlich Du spielst mit allen Konsolen zusammen Ja, ne, aber früher haben wir nur weil Konsole war nicht Deswegen Auto-Aim So, der hatte immer Auto-Aim Nein Aim-Verstärkung immer da schon gehabt Das ist halt sau OP Ja, das ist Goalies Game eigentlich, ne? Sieben Abschüsse hier Ihr habt die Spiele verlassen, ne? Nein Erfka kann uns alle mitnehmen Und dann können wir direkt rein suchen Sieben Das ist ja so